Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten AMD Threadripper Video. Nachdem das letzte Video einfach so unfassbar wow war, auch gerade vom Inhalt muss ich einfach nochmal sagen, das hat einfach mega viel Spaß gemacht und das war auch emotional irgendwie was ganz Besonderes für mich, geht es heute bereits vor dem nächsten Fall, des nächsten NDAs, um das Topmodell, den 1950X. Und vor allen Dingen war auch allgemein darum, wie man einen solchen AMD Ryzen Threadripper Prozessor richtig auf dem entsprechenden Mainboard verbaut. Und damit würde ich sagen, legen wir los, ich wünsche euch viel Spaß. So legen wir los mit dem Einbau einer AMD TR, AMD Threadripper CPU auf Basis des ROG Zenith Extreme von Asus, was hier Teil des AMD Media Kits ist. Und das Ganze werde ich hier jetzt euch mal im Detail zeigen, wie spektakulär, aber auch irgendwie echt cool und einfach, doch dieser Einbau einer solchen TR-CPU auf einer entsprechenden, dafür vorgesehenen Hauptplatine eigentlich so ist. Zunächst ein kurzer Blick auf den TR-4-Sockel, der ist auch hier brandneu und vor allen Dingen auch dessen Montagesystem ist einzigartig. Wie du siehst, gibt es bereits auch hier eine kleine Hilfestellung zum Öffnen, die Schrauben in der Reihenfolge 3, 2 und 1 lösen und zum Schließen das Ganze wiederum in umgekehrter Reihenfolge 1, 2 und 3. Zum Lösen der Schrauben benötigst du dem Prozessor beigelegten Schraubendreher und auch hier ist das Ganze echt schön gestaltet, nicht irgendwie so klassisches 0815-Werkzeug. Und ja, damit müssen nun die drei Schrauben in der richtigen Reihenfolge gelöst werden. Wenn die letzte Schraube locker ist, öffnet sich wie von Geisterhand alleine auch schon der erste Teil des Sockels. Darunter sitzt ein Plastikmechanismus und der lässt sich lösen, indem man die beiden blau markierten Hebel dezent bewegt und anhebt. Dadurch kommt auch dieser Teil des Sockels nach oben und dann wiederum ist es so, dass darunter diese klassische Sockelschutzkappe sitzt, die sich natürlich ganz einfach entfernen lässt. Das Ganze nochmal im Detail betrachtet. Zunächst werden die drei Schrauben gelöst, wodurch sich dann wiederum die erste Metallplatte löst und nach oben aufklappt. Darauf folgt dann der Plastikmechanismus, welcher gesichert ist durch diese beiden blauen Hebel und diese werden durch leichtes, sanftes Ziehen und Hebeln gelöst und dadurch wiederum klappt auch dieser gesamte Plastikmechanismus nach oben auf. Jetzt wird es interessant und zwar wird dieser durchsichtige Plastikteil nach oben aus dem Rahmen gezogen und dann ersetzt durch den Prozessor mit dessen eigenen Plastikrahmen. AMD nennt das Ganze Carrier Frame und dadurch gleitet der Prozessor richtig schön locker in den Rahmen rein, hat aber dennoch genügend Führung und vor allen Dingen erst einmal einen gewissen Halt. Letztendlich wird der Sockel dann nur noch in umgekehrter Reihenfolge inklusive CPU geschlossen. Erst der Rahmen samt CPU, welcher gesichert wird durch die beiden blauen Hebel und dann durch den Montagerahmen bzw. durch diesen Metallrahmen drei Schrauben in der korrekten Reihenfolge anziehen und schon ist der Ryzen TR Prozessor verbaut. So, fünf Schritte später sieht das Ganze so aus und natürlich sah es auf den ersten Blick so aus, als wäre das irgendwie echt abgespaced, schwer und irgendwie auch extrem zeitaufwendig. Doch auf den zweiten Blick hat sich gezeigt, das Ganze ist echt super einfach und vor allen Dingen auch von der Art und Weise, wie der Prozessor hier im Sockel ja quasi fixiert wird, an Ort und Stelle gehalten wird, ist einfach echt cool. Aber ich sehe natürlich jetzt auch schon eure Kommentare. Gib uns Benchmarks in Chile. Würde ich gerne, wirklich gerne, aber das Ganze ist so, heute ist der dritte Achter, der Tag, der erste Tag, an dem die Ryzen Threat Tripper Präsentation gestartet werden kann. Aber die eigentlichen Veröffentlichungen von Tests, Reviews, Benchmarks, was auch immer, müssen warten bis zum 10.8. Also noch ein paar Tage hin, aber es gibt genügend Punkte, vor allen Dingen auch wissenswerte Fakten, worüber man hier sprechen kann, gerade auch in Bezug auf das absolute Flaggschiff, dem 1950X. Nachdem die Ryzen CPUs Anfang 2017 auf die Marke gekommen sind, war klar, damit ändert sich alles. AMD ist derzeit so in der Lage, diesen CPU-Bereich bis 250 Euro ganz klar zu dominieren, gefolgt von diesem, ja sagen wir mal, Premium-Bereich der X99 bzw. X299-Plattform. Auch da macht AMD Intel wiederum mächtig Druck. Und jetzt folgt wiederum die klassische Enthusastensparte mit diesen AMD Threat Ripper Ryzen Threat Ripper CPUs. Diese CPUs sind für weitaus mehr gedacht als nur dieses klassische Gaming. Für Gaming eigentlich total über, aufgrund der hohen Einzahl von Kernen und Threads, weil so viele Kerne braucht kein Spiel derzeit. Der 1950X ist das Topmodell und bietet unglaubliche 16 Kerne und 32 Threads, dank der SMT-Technologie. Und ein Klassiker bisher war, ein Prozessor mit vielen Kernen bietet leider nur eine geringe Taktung. Doch das ist hier im Grunde überhaupt nicht gegeben, denn dieser Prozessor kommt mit einer Grundtaktung von 3,4 GHz und im Turbo mittels Precision Boost auf 4 GHz. On top gibt es dann natürlich den freien Multiplikator. Und wie gut sich jetzt der 1950X übertakten lässt, das bleibt noch zu klären. Da würde mich mal interessieren, was denkst du da draußen vor dem Monitor, wie gut sich jetzt diese CPU übertakten lässt. Schreibt es am besten mal unten in die Kommentare. Ryzen Threat Ripper bedeutet auch gleichzeitig ein neuer Sockel und den haben wir auch gerade gesehen auf dem Asus Zenith Extreme. Und zwar ist das der TR4-Sockel, aber auch der Einzug von DDR4 Quad-Channel Support. Und letzteres ist ja bereits bekannt von der früheren bzw. aktuellen X99 bzw. X299-Plattform von Intel. Extrem geil gemacht ist aber auch die Verpackung. Und zwar ist diese Styropor-artige Außenhaut umgeben von einer Banderole mit technischen Daten, den Produkteigenschaften und leider ist es so, dass diese Banderole beim Öffnen kaputt geht. Finde ich wirklich schade, denn dadurch geht so ein bisschen was von diesem extrem geilen Look dieser Verpackung flöten. Hätte ich mir gewünscht, dass man das irgendwie auch nachträglich noch fixieren kann. Aber auch so ist das Ganze echt wirklich super sexy gemacht. Und wenn die Banderole gelöst ist, lässt sich der Deckel ganz einfach abnehmen und dadurch wiederum auch dieses Plastikgefäß rausnehmen. Und vom inneren Aufbau endet das Ganze einfach super krass einem Auge und in der Mitte die CPU. Darunter verbergen sich dann ein Schraubendreher für die Installation, ein Wasserkühlungsrahmen und ein Booklet mit AMD-Sticker und der klassischen AMD-Montageanleitung. Entsperre die Power und durch ein sanftes Herausziehen wird der 1950X Extreme Prozessor befreit. Nicht ganz, denn extrem gut gesichert muss noch das Ganze hier befreit werden von diesem Rahmen und alles andere. Aber dann ist es wirklich soweit die erste Kontaktaufnahme mit diesem Monster Prozessor von AMD. Gut, für mich jetzt nicht unbedingt die erste Kontaktaufnahme, da ich ja bereits in dem Mediakit-Review den 1920X, den kleineren Prozessor, ausgepackt habe. Auch da einfach vom Feeling her, wow, gerade von der Aufmachungsart her, natürlich auch das gesamte Mediakit war einfach unglaublich. Das Video dazu verlinke ich euch einfach in der Videobeschreibung. Und ich würde euch bitten, zerbrecht euch nicht immer die Rübe von wegen, ob ich das Ganze behalten kann oder nicht. Das ist einfach viel zu schade. Ich denke einfach, dass gerade durch das neue Studio so viel geilere Qualität hier geboten wird auf den Channel. Und vom Visuellen natürlich, aber auch jetzt hier von diesem neuen Style. Habt einfach Spaß an dem Ganzen, denn das ist es, was ich habe. Einfach hier in dem neuen Studio einfach mega viel Spaß an dem Ganzen. Neue Produkte, neue, geile, faszinierende Umgebung. Und daraus mache ich natürlich jetzt das Beste und zeige euch natürlich auch, ja, das, was die Welt gerade bewegt im Hardware-Bereich. Und das ist natürlich ganz klar. Genau. Threat Ripper. Ja, Freunde, ich bin immer noch total geflasht von dem Ganzen her, dass ich hier quasi auserwählt wurde für eines dieser sehr begehrten und extrem limitierten Mediakits. Einfach super krass. Und ich würde sagen, wir sehen uns damit auch schon im nächsten Video wieder. Das steht, und ihr wisst es, ganz klar an den Startlöchern. Und damit wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Bis neulich und genau. Ciao.